Ok, ja, am heute, dem dritten Advent, und das bedeutet auch ein drittes Adventskalenderblatt und somit ein drittes Video, weil mein Adventskalender ja ein Filmadventskalender ist. Und, ja, wie wir hier ja schon sehen, ist heute wieder etwas mit Pestas dran. Nämlich, genauer gesagt, baue ich so eine Art Turm, also besser gesagt mehrere Türme. Beim ersten Turm sind nur fünf oder sechs Steine, beim nächsten sind dann schon zwölf und beim übernächsten, das werden immer mehr, verstehen Sie? Also, versteht ihr? Also, wenn immer mehr, also erst, und dann werden immer, sagen wir mal, fünf mehr oder so. Oder sechs oder sieben, glaube ich, mehr werden es immer. Jeder Turm, und dass das dann sozusagen eine Stiege wird. Und, ja, da habe ich, und, ja, und dann kommen halt nach und nach die Farben dazu. Und jetzt könnt ihr einfach mal zuschauen, wie das da entsteht. Und zum Schluss wird es sehr spannend. Ähm, ja, morgen gibt es nun einen zweiten Teil von dem. Und es gibt dann zum Schluss auch noch eine Abstimmung, also das könnt ihr dann, da könnt ihr dann abstimmen, aber das zeige ich euch dann halt. Das sage ich dann alles zum Schluss noch. Und, ja, also, wenn ihr, wenn euch das zu langweilig ist oder so, dann auf jeden Fall, ähm, nicht abschalten, sondern wenn, dann vorspulen. Bis zum Schluss, weil dort gibt es dann noch eine Abstimmung. Und, ja, also eine Abstimmung gibt es noch. Und dann wird es auch noch spannender. Kippt es nämlich um, aber mehr verrate ich nicht. Gut, dann bis zum Schluss. Und dann bis zum Schluss. Und dann bis zum Schluss. 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 nachhinein jetzt beim bearbeiten ja das sehen wir jetzt gleich und ja Achtung es wird gleich sehr spannend also bitte drauf einstellen und ja dann schauen wir einfach mal was jetzt passiert ja es schwankt schon ein bisschen gerade noch mal gutgegangen super jetzt scheint sehr gut zu sein okay ja ich mache es noch mit einem mit einem band das was da umfliegt oder fast umfliegt das genau das jetzt habe ich hier den film gestoppt ich wollte eben gerade das noch festbinden also mit einem band und ja wie und jetzt dachte ich mir und jetzt ist es ja gerade sehr spannend und ja und jetzt dachte ich mir einfach mal ich hier ist jetzt der film zu ende und ich bin jetzt links oben in der ecke kommt jetzt eine infokarte oder irgendwo da rechts oben weiß ich nicht links oder rechts oben wird jetzt eine infokarte eingeblendet und dort könnt ihr abstimmen was ihr glaubt ob wir ob ihr eben glaubt dass alles umfliegt also dass das umfliegt also die türme dass das eben umfliegt weil jetzt das ist jetzt und morgen geht es erst weiter dann mit dem ja was glaubt morgen geht es eben weiter und was glaubt ihr glaubt ihr dass es eben dass ich es schaffe aufzuhalten das könnt ihr oben abstimmen dort in der infokarte jetzt ist es schon wieder weg aber ihr müsst einfach draufklicken ja könnt ihr abstimmen was ihr glaubt ob ihr glaubt das ist eben dass ich es schaffe aufzuhalten oder dass alles umfliegt ich bin neugierig was dann morgen was da ist und ob wer mitmacht und ob viele mitmachen oder nicht weil es ist ja nur ein Tag Zeit und ich hoffe dass möglichst viele mitmachen und ja dann bis morgen und morgen werdet ihr dann gleich am Anfang eben sehen was da eben ist ob ihr richtig geraten habt oder nicht und ich sag dann halt auch die Mehrheit wer gewonnen hat die Mehrheit sag ich dann auch einfach und ja dann kommen wir da jetzt in der Endcard da irgendwo ist das letzte Video und woanders ist das nächste Video das kommt dann wenn ihr etwas später wenn ihr später als heute eben als 3. Dezember dran eben das anschaut gibt uns den nächsten Adventskalender also der 24. und ja ich meine nicht der 24. sondern der 4. jetzt ist der 3. heute gut dann bis morgen tschüss Auf Wiedersehen